hallo herzlich willkommen meine freunde und alle die dies werden wollen wenn ihr das auf instagram oder wenn ihr mich schon auf instagram verfolgt dann werdet ihr das auch sehen dass ihr mich nicht kriegen könnt haha nein also da hatte ich ja schon ein bild gepostet von meiner queen die gerade wieder schläft und die macht das ganz ganz toll ich bin ganz stolz auf sie ja auf jeden fall ist das hier real stuff das heißt heute ist wieder mal montag und ich wollte euch das einfach mal geben dass ihr wieder seht wie es ausschaut 1500 meine ich schade der hat nicht so viel gold sonst hätte ich gesagt gut okay kommen hier das wäre natürlich echt noch eine coole sache gewesen gucken wir mal was die mir raushaut und waren queen walk jetzt zumal hat auf jeden fall schon mal richtig gut am start lasst uns das mal angucken hier sehr gut ja sehr gut mit den mit den luftverteidigungen hier dass da echt nicht wirklich was geht und dann halt wirklich gucken dass man genau genau dass die hier eventuell noch ein bisschen in den bereich gehen dass die queen halt wirklich hier lang läuft es ist eigentlich egal ob sie jetzt da lang läuft oder da lang plus ich hätte natürlich gerne gehabt dass sie dann halt wirklich hier so die luftabwehr killt weil da ist keine da ist keine das passt alles das ist alles sweet und chillig ganz genau der rage hätte nicht sein müssen mit ein bisschen glühe ja 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 das passt alles alles easy cheesy ganz genau jetzt sind die heiler nämlich hinterher gedroppt nicht hinterher gedroppt aber hinterher gerannt und dann passt das dann sind die nämlich schön in der range vom rage spell und dann ist das schick so jetzt wird's tricky weil ich würde fast denken glück gehabt dass er wirklich noch durch die mauer gegangen ist also dass sie noch durch die mauer gehen wollte weil es hätte auch sein können dass die luftabwehr dann noch im weg gestanden hätte und dann du hast auch noch den rage also von daher alles easy peasy hier ist nur fläche hier ist einzeln da ist einzeln alles cool also da passiert nichts auch mit der dreizehner queen passiert da nichts das ist alles ganz chillig und hier kriegst du auch noch mehr loot auf jeden fall exakt ganz genau nicht abbrechen sondern wirklich wenn noch was geht dann gerne mehr der rage hätte noch nicht sein müssen aber ist okay und also ich denke auch dass du den bei den beiden teslas hättest machen müssen aber nur nicht zu dem zeitpunkt aber der läuft auf jeden fall ganz nice aber man sieht ja immer wieder ja komm ich will die cb haben jetzt tesla ganz genau und dann könnte ich mir vorstellen dass sie nicht da hingeht sondern ah doch okay ich hätte gedacht dass es eventuell wirklich erst das gold lager macht und jetzt könntest du richtig probleme kriegen guckt mal es ist nur ein kleiner luftfeger aber was der dann wirklich bringt zack zack sobald die heiler weg sind geht da halt natürlich in dem bereich nichts und es ist nur der expo wie gesagt der der flächenschaden der ist hier pille palle so 30 sekunden haben wir noch also ich würde mal sagen zwei lager gehen noch down ja läuft auf jeden fall richtig richtig cool ich gucke mal dass ich die ja schade ist der klaren name dazwischen aber das passt auf jeden fall einwandfrei vollkommen richtig dass sie nicht zu früh abgebrochen hast sondern das wirklich gesagt dass gut okay komm ich zieh durch ich hol vielleicht noch was mehr loot einwandfrei das war ein richtig guter queen walk auf jeden fall und man sieht es halt wirklich auch wirklich bei den unterleveligeren queens das ist kein thema also wirklich ab fünf kann das losgehen legt euch da ein bisschen was zusammen dass er halt ein bisschen lx habt klar logisch da tut ein bisschen weh man kann auch mal ein boost machen dass man da ein bisschen mehr zustande bekommt aber ansonsten ist das echt eine coole geschichte jetzt haben wir die auf 23 die kommt dann auf 24 wie gesagt ich würde wirklich sagen auch 20 21 das habe ich nicht so ganz krass gemerkt aber 21 22 das habe ich gemerkt muss ich ganz ehrlich sagen da dachte ich was also das das fand ich schon ziemlich krass wie die dann übelst abgegangen ist so ja king of 25 gut okay wie gesagt der ist für mich immer nur so schmücken des beiwerk ansonsten mauer technisch hatte ich ja schon mal gesagt dass da auch einiges mittlerweile wieder passiert ist also das sieht schon echt ziemlich gut aus und wir haben mittlerweile mehr 10er mauern als 8er mauern und das ist ziemlich geil das ist wirklich das gefällt mir richtig gut so da sind wir drin war wieder auch keiner gespammt sehr gut richtig schön das ist toll gucken wir mal rein hier genau ein riesiger vorteil also ich ich hau das einfach mal ein bisschen weiter hier hier haben wir einen riesigen vorteil wenn ich halt sehe ich wollte gerade sagen ich wollte dich gerade loben und sagen boah cool weil du kannst natürlich mit dem loot richtig richtig viel anfangen wenn ich aber wiederum sehe dass die drago's auf 2 hast und aber eine queen hast musste ja ratos 9 sein dafür ist der drache natürlich auf 2 total unterlevelt aber wir schauen mal uns gleich mal deine base an papa schlumpf weil wenn du papa schlumpf 68 bist dann würde ich mal fast denken dass du das dein dass das dein geburtsdatum ist und da ich ja 86 geboren bin und das jetzt einfach mal umgedreht ist hast du natürlich jetzt das verdient dass ich mir mal deine burg angucke ja das ist die begründung aller gusor so auf jeden fall war es natürlich ein netter loot auf jeden fall klar gucken wir mal rein rathaus 10 sogar alter junge gut okay ist jetzt nicht so viel zu sagen weil es halt eben down ist momentan aber ganz ich meine klar geht ja jetzt eh nichts anderes außer ausmexen klar ich meine momentan geht es ja noch nicht höher rathaus 11 steht noch nicht und ja mein tipp an dich auf jeden fall nicht rathaus 11 gehen wenn es dann soweit wäre beziehungsweise wenn es dann möglich ist ja weil man sieht ja es hakt natürlich hinten und vorne klar und dann sollte man das natürlich erst mal machen klar go wipe ja mit go wipe ein overkill ist nicht so schwer das stimmt das kann schnell mal passieren zumal es ist ja auch wirklich eine ja sind wir mal ehrlich eine low bis gerade mal mittelmäßige townhall 8 base und da sollte man mit einer ich sag jetzt mal mit einer gemäxten townhall 8 go wipe sollte man da locker 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 flockig durchlaufen boah wie lange die mauerbrecher gelaufen sind hier von bis sie hier dann waren peckers ah schade der rage so ein bisschen okay jetzt wird der jetzt wird die pecker davon so ein bisschen mit geraged genau jetzt ist es cool weil sonst hätte ich auch gesagt aber wie oft hat man das auch bei den drachen ich denke mir auch cool haust du da einfach mal ein rage rein und dann denke ich mir auch warum rennen die drachen also fliegen die drachen dahin wo man sich echt sagt boah nein das muss nicht sein echt sowas muss nicht sein aber so ist es manchmal ja also jetzt ist ja hier verteidigungsmäßig ist hier steht hier ja nichts mehr das ist ja hier ein bisschen tesla action denn der king noch naja okay da passiert ja nichts mehr klar das ist ganz klare geschichte der der drops ist gelutscht würde ich sagen auf jeden fall so jetzt wollen wir aber da nicht so uns fest beißen ich gucke mal noch mal ob ich noch was richtig cooles finde und queen walk leichter fail weil wir einfach auch noch mal ein bisschen was anderes sehen wollen beziehungsweise ich würde euch gerne noch mal einen angriff auf meinem anderen account zeigen da bin ich jetzt wieder mit drachen unterwegs gucken wir mal was hier gefällt wird naja wir haben hier in dem bereich noch nicht gecleared jetzt kann es aber nur noch reinlaufen klar aber da waren auch keine also beziehungsweise nicht die richtige menge und auch falsch gesetzt ja genau und jetzt rennt die außenrum die 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 falsche menge mauerbrecher und dann eben auch falsch gesetzt wohl auf die habe ich jetzt gar nicht so krass geachtet aber wie gesagt man hat so ein zeug am anfang wenn man das noch nicht so ganz einschätzen kann wie das läuft klar beziehungsweise nicht nur wie das läuft sondern wie sie läuft und wenn man das dann aber wirklich durch hat ist das kein thema jetzt mal ein richtiger genau einfach farbi gucken wir mal ja und der loot war auch ganz nett so jetzt gucken wir mal du hast elf mauerbrecher genau du hast die auch zuerst gedroppt du hast nicht irgendwas anderes ganz genau das ist korrekt das heißt nicht irgendwie vorher klären ganz genau vollkommen in ordnung wobei ich sogar noch länger gewartet hätte aber ist nicht schlimm weil der magiaturm angefangen hätte die queen zu fixieren das ist schon vollkommen in ordnung aber wie gesagt ihr seht es ja hier mit mit barge hier das klären ist natürlich bei einem magiaturm relativ tricky auf jeden fall so jetzt würde ich langsam hier die mauerbrecher hinschicken ganz genau weil sonst hast du echt mal ein problem geragete mauerbrecher auch eine mega mega nice nummer und wo sie wieder hinlaufen wollten sei froh dass der rest der mauerbrecher nichts geworden ist weil nicht dass die queen dir noch wer weiß wohin gerannt wäre jetzt auch schon so ein kleines glücksspiel weil die hätte natürlich jetzt auch zum zum magiaturm rennen können du hättest nicht gepostet wenn es so gewesen wäre von daher gehe ich schon davon aus dass sie jetzt reinläuft aber ansonsten ist hier seht ihr seht ihr seht ihr so und jetzt hätte man auch pech haben können wie snackt sich alter läuft die echt raus nee das das hättest du sonst nicht gepostet doch jetzt ist die draußen jetzt ist die draußen und jetzt noch den bogey ja da hast du echt ganz ehrlich da hast du echt schwein gehabt da hast du da hast du richtig schwein gehabt das ist jenseits von gut und böse klar am ende zählt natürlich was los ist logisch also das ist natürlich so ich meine man kann natürlich sagen naja das wäre ja fast daneben gegangen ja okay fast hat aber geklappt fertig aber man will natürlich gucken dass beim nächsten mal auch so wird logisch und deswegen beim nächsten mal mehr aufpassen Weil das hätte ich schon wirklich in der ins auge gehen sehen auf jeden fall aber Du hast das noch mal gerissen jetzt rennt die natürlich nicht mehr raus jetzt ist natürlich alles easy peasy Da passiert dann natürlich nichts mehr und schön noch das gesamte lx wird genommen einwandfrei cooles ding Gucken wir mal was lule hier abliefert Auch eine go wipe Hablo bloß die ist natürlich jetzt ich meine ist ja vollkommen in ordnung klar aber die ist natürlich jetzt für den für den loot da wäre natürlich barge perfekt gewesen klar dass wenn man natürlich eine go wipe hat war was will man dann machen klar aber so grundsätzlich hätte man ja hier wirklich alleine auch schon mit kobe es richtig gut fahren können hätte man sage ich jetzt mal wenn wir jetzt mal in raum 100 kobe es hätten ja das gleiche gemacht Aber somit konnte man seine go wipe wieder ein bisschen bearbeiten und verbessern Ist ja auch nicht schlecht Die golems rennen noch hinten rum klar die sind natürlich jetzt 0,0 hilfe die machen jetzt jetzt fangen sie wieder an so ein bisschen zu deffen Aber das war es dann auch schon hier der magier kümmert sich noch so ein bisschen um den king so jetzt king gegen king Wer zeigt sein ding Im ring Zack Juhu Läuft Einwandfrei aber wie gesagt ist natürlich Für wer für barge genauso so noch ein kühne rock für euch gucken wir mal Einfach fabi Da muss ich jetzt noch mal kurz schauen also du hast zu unten gedroppt Ist schon mal clever dass du sie halt nicht von hier gedroppt hast nicht von hier gedroppt hast weil klar luftfeger da am start Ich würde aber echt sagen das kann dir Jetzt so mal im voraus würde ich sagen Mit der luftabwehr kriegst du ein problem die nicht die nicht die kriegst du auch ganz easy weg Aber jetzt bin ich mal gespannt wie du rein gehst weil wenn du komplett gerade rein gehst wird dir diese luftabwehr zum verhängnis Ich bin gespannt ich bin richtig gespannt Nächste frage wäre natürlich die warum ich ich gehe noch mal kurz zurück ich will sehen wie viel Heiler das waren Elf heiler das heißt du hast jetzt neun stück verballert meine frage an dich wofür Wofür droppst du hier jetzt acht und gleich noch mal ein Wofür die braucht nicht geheilt werden Job die nicht so extrem früh weil du jetzt noch gar nicht sehen kannst wo geht denn irgendwas hin und du wirst garantiert das problem haben Wenn du jetzt nämlich hier und hier clear ist willst du auf jeden fall hier rein und wir sagen dann kommt diese luftabwehr Mauerbrecher das passt ein hier auch nicht zu viel gewesen alles gut so jetzt Super gut einwandfrei So jetzt schauen wir Wie gesagt die luftabwehr auch kein thema wie gesagt von der da hinten reden wir gar nicht Die barbaren auch gleich hier rein oder ja doch doch hier so hier so hin dass die sich drum kümmern So jetzt sind wir nämlich gespannt weil jetzt ist nämlich der bereich dass die rauslaufen kann wieder glück gehabt Ich hätte gedacht ich hätte wirklich gedacht Dass die Dass die heiler sich da ein bisschen anders positionieren sehr sehr gut für dich gewesen Einfach farbi auf jeden fall super gut Aber ich hätte echt gedacht dass du da Mehr probleme mit bekommst Mal gucken wie es jetzt aussieht wenn die queen halt hier cb und den xbow platt macht Wie das ausschaut Mittlerweile sind alle elf heiler im spiel Wir müssen jetzt aber auch dazu sagen wir haben hier jetzt auch einen ordentlichen beschuss und wir haben in anführungsstrichen nur eine 10er queen Wir haben zwei dreier xbows und den bogeyturm und zumindest den minenwerfer auch Also da passiert schon ein bisschen was ganz klar So und jetzt geht sie nochmal dichter ran Echt wirklich glück gehabt dass die heiler wirklich so gut gelaufen sind Geflogen Wisst ihr ja was ich meine So jetzt zeit jetzt ein rage rein Sehr gut gemacht einwandfrei sehr gut gemacht Weil uns rennt die zeit davon Wir wollen halt dass die queen noch ein bisschen aktiv ist Einwandfrei 20 sekunden bleiben Sollte passen Hier und dann gleich Selbst das ist jetzt schon wieder was Ein ganz anderer hier sagt man hier oben sagt man schnack Also ein ganz anderer schnack Weil Jetzt nur noch ein xbogen Ein bogeyturm Flächenschaden brauchen wir nicht berücksichtigen Einwandfrei da geht die queen nicht down Von dem bisschen das hält die locker durch So rage vorbei Und dann nochmal Richtig geraged Einwandfrei also echt glück gehabt Meine vermutung wäre nämlich gewesen dass die Zuerst sich so ein bisschen hier so lang gearbeitet hätte Und dann wären die heiler schön doof Treu doof hinterher gerannt Und dann hätten Hätte die luftabwehr Richtig schön rauf halten können Also hast du glück gehabt auf jeden fall Aber passt Achso jetzt machen wir noch einen angriff hier Das wird hier wieder so ein langes ding Eigentlich wollte ich nur mal so hallo sagen Dass ihr auch zu eurer folge heute kommt Und dann sogar zu einer real folge Und ja ich weiß nicht ich verquatsch mich hier wieder so viel Geht ja gar nicht Facecam ist heute ein bisschen schlechter auf jeden fall Weil das noch wirklich die komplette Beleuchtung von außen ist Weil es halt draußen noch so extrem hell ist Und Deswegen ist das so Ne lohnt sich nicht Klar logisch Was ist denn das ne eh auf keinen alter Oh 4,8 Oh ich hätte den so niedergerusht mit der Queen Mit Aber Heulebeule Heulebeule Jetzt gibt es auf den Sack Schönes Ding Schönes Ding Das war der erste Dann machen wir hier nochmal eine kleine Zusätzliche Session Mit dem Guzoa Hier Darauf bitteschön Das wollen wir sehen Ganz genau Vorteil natürlich Muss man halt eben auch immer wieder drauf achten Denn ihr seht es ja Oh er hat Infernus Also ist er Townhold 10 Somit hat er auch 3 Bohrer Ganz wichtig Nicht den zweiten vergessen Äh nicht den dritten vergessen Und dann so naja ich konnte ja nicht mehr holen Doch 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 Dann kann man noch mehr holen Weil der dritte ist natürlich dann nochmal so ein richtiger Bonus Wie gesagt sorry nochmal für meine Quietschende Schuhe So gucken wir mal was ist für uns wichtig Für uns ist es beides gleich wichtig Ob jetzt Alex oder nicht Können wir eigentlich Hier ich will außerhalb der Range vom Magiaturm bleiben Muss ich ganz ehrlich sagen Dass ich nicht so ganz doll getackelt werde Hier das sollte noch mit den Bogies machbar sein Genau Ich denke ganz gut verteilt halt hier wirklich Hier so schön Genau einwandfrei Und in dem Bereich wo halt wirklich der Magiaturm regiert Da noch schön mit den Bogies Und dann passt das Einwandtutti Läuft Perfekt Und immerhin 1,8 für Bartsch Läuft auf jeden Fall Ist ganz nett gewesen Man hätte jetzt auch sagen können Oh nee will ich gar nicht oder wie auch immer Und dann passt das auch nicht Das ist so sehr schön Ich bin jetzt nicht so gut Ich bin jetzt so ein bisschen Ich bin jetzt mal einwandfrei